Simon und ich haben uns getrennt. Ich weiß, ja. Und ich möchte gerne ein Kind, das eilt. Warum haben Sie es denn so eilig? Sie sind doch noch so jung. Ich komme leider viel zu früh in die Menopause. Und deshalb denke ich über eine Samenspende nach. Fertis Großneffe ist ein sehr netter, fescher Bursche und er wird Ihnen gefallen. Das heißt, Sie könnten einen Kontakt herstellen? Liebste Sarah, natürlich stelle ich Ihnen den Kontakt her.